Was soll ich was? Hat jemand Fragen? Hat jemand was Wissen? Was ich weiß? Ich weiß nicht viel. Wie richtet man keinen Schaden an? Wie macht man es, damit man keinen Schaden anrichtet? Da kann man nur die Absicht machen. Die Buddhisten haben so ein Gebet, die machen gebeten morgens bevor sie aus dem Haus gehen, dass sie auf kein Tier treten, dass sie niemand wehtun und mit der Absicht gehen sie aus dem Haus raus und die Absicht zählt. Wenn man mal amaloviniert, wir können nicht wissen, was passiert. Zukunft kann keiner sehen, aber wir machen die Absicht und dann, was dabei rauskommt, ist in seiner Hand. Ein Morit hat mal in Schechnasim gefragt, wie können wir denn wissen, Schechnasim, wenn wir was machen wollen, ob das richtig ist oder falsch? Und Schechnasim sagte, dein Herz hat eine Anzeige, das zeigt entweder rot an oder grün. Das Gewissen. Wenn man das aber nicht hören kann, was macht man dann? Das muss man lernen. Man muss einfach probieren. Probieren geht über studieren. Wenn man sich danach gut fühlt, dann war es richtig. Wenn man sich danach nicht gut fühlt, dann haben wir es falsch gemacht. Übung macht den Meister. Das Leben ist die Schule. Nach der Schule müssen alle durchgehen. Irgendwann hat jemand, wenn der erzählt von jemandem, so ein Scheichsohn, so ein Scheichsohn, so ein Scheichsohn. Und ich sage, was? Scheich? Ja, Scheichsohn. Wie alt ist er denn? Ja, 35. Es gibt keine jungen Scheichs. Scheichsohn muss so alt werden. Ja, Mashallah. Scheih Hassallah hat mich leider mal eingeladen und gesagt, das soll ich irgendwo hinfahren, weil er nicht kommen konnte. Ich sage, Scheichsohn, ich weiß aber nichts. Ich weiß nichts. Ich sagte, dann erzählst du von nichts. Erzähl einfach von nichts. Ich weiß nichts. Erzähl einfach von nichts. Ja. Mashallah. Ja, wir leben in Achelseman, wie es so heißt, in der letzten Zeit. Er hat eigentlich schon angefangen mit Rasulallah, also in seiner Zeit. Der letzte Prophet, Friede sei mit ihm. Er hat schon das Ende der Menschheit angefangen mit ihm. Er kam mit der vollendeten Botschaft. Und als Gnade von Allah geht es immer weiter, damit immer mehr und mehr Leute noch lernen können, was er uns gebracht hat. Sonst, wenn man schaut, wie die Welt aussieht, Schehefendi sagt, die Aulias, die sind alle auf Zehenspitzen, würden schon längst Dua gemacht haben, dass Allah diese Geschichte hier auf der Erde beendet. Und so viele schlimme Sachen passieren andauernd und die Aulias, die Heiligen sehen das alles. Einmal bin ich mit ihm nach meiner Türkei in Izmir und sind durch die Ruinen von Troja gefahren, haben uns angeschaut. Ich habe gesagt, Schehefendi, ich würde gerne sehen, was die Leute damals gelebt haben, als sie das gebaut haben, wie die gelebt haben in dieser Zeit. Und dann sagte er, die Aulias, die Heiligen, die können das sehen. Die sehen das wie einen Film vor sich, wenn sie wollen. Aber die schauen da nicht hin, sagt er, weil das war nicht schön. Die Leute haben sich nur immer gegenseitig unterdrückt und verletzt und das Leben schwer gemacht. Deswegen schauen die Aulias nicht gerne auf die Erde runter, schauen lieber nach oben und leben einfach hier nur, um uns ein Beispiel zu sein, dass wir sie nachmachen können. Und inshallah, auch das Türchen nach oben aufgeht zum Gucken. Was man hier unten so mit ansehen muss, ist eigentlich keine große Freude. Lässt sich aushalten, weil uns geht es gut hier. Aber wenn man schaut, wie es manchen anderen Menschen auf der Erde geht, vielen, vielen Menschen, den meisten eigentlich, ist es nicht schön mit anzusehen. Sagen, es gibt so viele Menschen auf der Erde. Die Schäfin sagt, es gibt so viel, die Erde gibt so viel Frucht und Nahrung. Wenn 50 Milliarden leben würden hier auf der Erde, wäre überhaupt kein Problem, wenn sie nur teilen würden miteinander. Wenn sie das, was sie haben, miteinander teilen würden. Aber es gibt eine Handvoll von Domköpfen, die versuchen alles auf einem Haufen aufzuweifen. Und Schätan hilft ihnen dabei. In Österreich gibt es einen Spruch, der sagt, Teufel macht immer auf den größten Haufen. Immer noch mehr dazu. Heute habe ich von irgendeinem Philosophen gelesen, habe ich aber schon wieder vergessen, wer das war. Der sagte, dass zu viel Reichtum und zu viel Macht in einer Hand nur Zerstörung verursacht. Da ist die, was ich nimmt mich hinweg, wobei das ist. Aber ich hab, was.. Bohe. Da ist cool. Da war es ein Mentor. Da war es gut. Vielen Dank.